Übung 16 Interview 1 Christine, du bist 35 Jahre alt und lebst allein. Ja, ich habe mich vor zwei Jahren von meinem Freund getrennt und bin aus unserer Wohnung ausgezogen. Eine Freundin wollte, dass ich mit ihr zusammenziehe, aber ich will lieber alleine wohnen. Im Moment genieße ich meine Freiheit. Bist du manchmal einsam? Nein, Single sein heißt ja nicht, dass ich einsam bin. Ich habe viele Freunde und unternehme viel mit ihnen. Nur die Sonntage, da haben viele keine Zeit, weil sie mit ihren Partnern zusammen sein wollen. Das ist manchmal etwas schwierig. Interview 2 Andi und Raphael, ihr seid ein Paar und wohnt seit etwa einem Jahr zusammen in einer Wohnung. Warum seid ihr zusammengezogen? Wir wollten uns einfach öfter sehen. Vorher haben wir uns immer gegenseitig besucht. Das war aber nicht so praktisch. Als Männerpaar, habt ihr da Probleme mit den Nachbarn? Die meisten wissen nicht, dass wir ein Paar sind. Warum auch? Ja, die meisten Nachbarn denken, dass wir in einer Wohngemeinschaft zusammenleben, weil das billiger ist. Für unsere Eltern war es am Anfang ein Schock. Aber jetzt finden sie es ganz normal. Interview 3 Karin und Uwe, ihr habt spät geheiratet. Ja, wir kennen uns schon seit der Schule. Dann haben wir erstmal lange studiert. Wir wollten noch nicht so früh Kinder haben. Nach dem Studium haben wir beide gearbeitet und viele Reisen gemacht. Mit 38 hat Karin unsere Tochter bekommen. Dann haben wir geheiratet. Unsere Tochter kommt nach den Sommerferien aufs Gymnasium. Arbeitet ihr beide? Ja. Nach der Geburt bin ich die ersten beiden Jahre zu Hause geblieben. Dann haben wir einen Kindergarten für Lucy gefunden und ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank.